Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich starte den Vlog für morgen jetzt schon mal, weil ich gerade den Plan für morgen erstellt habe. Tim und ich haben morgen einen Termin und nur einen einzigen Termin, zeitlich flexibel. Deswegen haben wir beschlossen, mit dem Zug dahin zu fahren, wegen einem Euroticket. Ich nehme euch morgen mit. Viel Spaß mit dem Video und wir sind mal gespannt. Es ist echt nervig. Der Termin wurde noch mal kurzfristig verschoben, aber wegen uns. Und deswegen, naja, sonst hätten wir morgen frei gehabt. Ich mache jetzt gleich unser ganzes Zeug für unterwegs. Fertig, packe alles zusammen. Ja, und dann traf ich mich irgendwann mit Tim am Hauptbahnhof. Sieht das nicht mega wie so ein Touri-Rucksack aus? Saisonbrillen, Brotbüchse, gekühltes Trinken, warmes Trinken, iPad, Kabel. Hier dann noch Ersatzklamotten von Karl. Also wenn das kein Tourismog sei, das weiß ich auch nicht. Ich glaube, es ist mega interessant, dass wir zusammen nur wir zwei mit dem Zug irgendwo hinfahren. Unter der Woche. Ja, und ohne Karl. Richtig komisch. Da habe ich das mit unter der Woche ja so hervorgehoben. Ja, am Wochenende wäre es ja noch komischer, wenn wir da ohne Karl unterwegs sind. Boah, ich bin richtig... Wir sind gerade voll gesprintet, aber hätten nicht sprinten müssen. Und vorher habe ich den Chuck mal ins Leben gekriegt, weil ich dachte, der Zug fällt einfach am Bahnhof vorbei. Dann fährt der eine riesengroße Ehrenrunde und ist dann so unten drunter unter dem Gleis, wo er vorher war. Das ist also für Leute, die... Was ist das Schmerz für dich? Die Untertitel sind angegangen, weil wir die Airpods rausgenommen haben und ich dann das Video schon gestartet habe. Wir, äh... Jedenfalls ist das, äh... Hab ich dich mal wieder rausgebracht? Ja. Scheiße, oder? Ist der Bahnhof hier nichts für Leute mit Paranoia, weil wir so... Wir hatten so sieben Minuten Umstieg, gar kein Ding, aber wenn man irgendwie drei Meter weiter dann erst rausgelassen werden würde, aber... Sieben Minuten Umstieg bist du ja an den schönen Rand. Ich bin bei sowas immer sehr... Weiß ich nicht. Und jetzt sehen wir immer noch. Ich sehe nicht langsam noch fahren. Immer noch eine Minute. 16 Minuten. Ja. Sehr schön. Weiß ich noch irgendwas dazu sagen? Nö. Möchtest du jetzt ein Brötchen? Weiß ich noch nicht. Okay. Darf ich mal anmerken, dass Tim... Der Meinung war, er kennt sich hier aus und wir uns deswegen verlaufen haben. Hast du dazu irgendwas zu sagen? Nö, absolut nicht. Das ist mir nämlich egal. Alter, es sind 1000 Grad und wir müssen angeblich nur 10 Minuten laufen. Wir sind bestimmt schon eine halbe, dreiviertel Stunde unterwegs. Das ist vielleicht gelogen. Also wir hätten, um uns zusammenzufassen, einfach eine eher rechts abbiegen müssen. Ich hab den Landtag gesehen. Ich schwöre dir. Aber du bist selbst in der Schüttelbezug. Ich dachte, wenn ich jetzt hier reinrede, kriege ich Ärger. Nö. Mega. Absolut nicht. Ich hab ja gestern gar nicht mehr weitergefilmt nach unserer kleinen Reise. Also wir waren zu Hause. Hatten... Also anders. Wir hatten... Von Bahnhof aus haben wir Karl Akkohol. Dann sind wir nach Hause gefahren. War noch einkaufen. Jetzt ist der nächste Tag. Ich hab heute einen richtig vollen Tag. Ich bin heute von 10 bis 16 Uhr voraussichtlich in der Uni. Das ist absolut nicht normal. Ja, normalerweise hab ich immer kurze Veranstaltungen. Heute hab ich mehrere Veranstaltungen hintereinander. Dann noch eine Drehbesprechung. Dann muss ich Karl holen. Ähm... Tim ist auf Arbeit. Ähm... Dementsprechend... Heute dauert ein voller langer Tag. Abends hab ich auch noch was zu tun. Ähm... Diese Woche ist wirklich richtig voll. Und nächste Woche hat Tim zwar Urlaub. Aber wir haben trotzdem richtig viele Termine. Also ich sag mal so... Termine, die zum Beispiel die Hochzeit betreffen. Also wir gehen zum Standensamt. Wir sprechen alles. Ähm... Ich hab nochmal einen zweiten Termin im Blumenladen. Ähm... Probestecken beim... Friseur. Ähm... Dafür muss ich vorher... Krieg ich vorher schon mal so einen Haarkranz. So einen Blumenkranz, wie ich ihn mir vorstelle. Hoffentlich. Ähm... Als Probeexemplar... Äh... Angefertigt. Und und und. Also es ist auf jeden Fall richtig... Richtig viel los. Ich kann euch mal zeigen, was ich gestern zum Abendbrot gemacht hab. Diesen Nudelsalat. Der sieht bei mir jetzt so aus. Ich finde es hat schon eine gewisse Ähnlichkeit. Und ich fühl mir jetzt noch einen Becher für unterwegs. Aber ich hab irgendwie grad kein anderes Gefäß. Genau. Also für den Fall, dass jemand den nachmachen will. Kann er jetzt einen Screenshot machen. Achso. Und ich seh mich übrigens heute Abend nicht hier im Bett schlafen. Weil da oben sitzt eine Riesenspiele, die die ganze Zeit am Wandern ist. War schon woanders. Und ich bringe es nicht übers Herz, sie wegzumachen. Also... Im Sinne von... Ich eke mich so sehr. Ich hab's schon versucht mit dem Staubsauger. Auch mit der Verlängerung, dass ich nicht so nah ran muss. Es geht einfach nicht. Und ich muss die also da drin lassen. Tim kommt erst ungefähr in ziemlich genau 24 Stunden wieder. Und wenn das Vieh nachher irgendwie da noch drin sitzt. Sichtbar oder auch nicht sichtbar. Also ich... Das geht nicht. Ich muss auf dem Sofa schlafen. Ich kann nicht in einem Raum schlafen, wo eine Spinne sitzt. Und ich kann die nicht weg machen. Es ist richtig schlimm. Ich hatte wirklich... Ich erst so... Dachte ich mir so... Ja ist kein Ding. Äh... Ich krieg das hin. Dann stand ich mit dem Staubsauger vor dem Vieh. Und das... Also die war einfach zu groß. Das funktioniert nicht. Ich... Wenn ich jetzt schon daran denke. Ich hab vorhin auch gesehen, wie die sich bewegt hat. Richtig abartig. Da krieg ich gleich Gänsehaut. Also es ist... Es ist Katastrophe wirklich. Dass ich frühmorgens aufwache und Karl mir sagt... Ja guck mal da über dir sitzt eine Spinne. Also es war sehr nett von ihm, dass er mir das gesagt hat. Aber... Der Tag hat dementsprechend... Äh... Ein bisschen hektisch angefangen. So, wir müssen gleich los. Aber Tim hat mich jetzt gerade nochmal... Indem er mir geschrieben hat... Motiviert ist nochmal zu versuchen diese Spinne wegzusaugen. Das Problem ist dann, dass der Staubsauger... Ja, da ist die Spinne ja dann drin. Den muss ich irgendwo ganz weit weg stellen. Am besten irgendwo einsperren. Dass er die dann morgen ausleert. Ich hatte sowas schon mal. Und da hatte ich... Also ich hab den Staubsauger dann auf den Balkon gestellt. Das war noch in der vorletzten Wohnung. Und ähm... Da... Weil ich Angst hatte, dass die dann da ausbricht. Das Problem ist, dass ich halt jetzt auch glaube, der ist nicht so ganz dicht. Ähm... Aber ich glaube, ich tu den dann einfach ins Bad. Und mach die Tür zu. Weil wenn die im Bad rumläuft, dann findet man die noch schneller, glaube ich. Und im Bad halte ich mich auch nie so lange auf, dass ich dann irgendwie... Also so wie wenn ich irgendwo schlafe oder so. Ähm... Oh, ich krieg grad richtige Motivationsnachrichten von Tim. Hab voll Angst, ey. Aber wenn ich die jetzt wegkriege, das wäre so schön. Weil ich will nicht auf dem Sofa schlafen. Das Sofa ist sau unbequem. Weiß ich nicht, ob ich das hinkriege. Oh, ey. Ich hab... Ich will hier gar nicht reingehen. Ich wollte jetzt die Tür bis morgen früh zulassen. Wo ist das Vieh? Oh, da sitzt es. Okay. Ich stell mal mein Handy irgendwie auf. Mami! Die Spinne ist weggegangen! Nein, die sitzt woanders. Die sitzt hier oben über der Lichterkette. Sohst du die? Wo ist die jetzt da hingegangen? Weil die unterwegs sein muss. Keine Ahnung. Richtiges Mistvieh. Das ist nicht wie ich mein Handy aufstellen soll. Seht ihr die Spinne? Die ist da oben. Ach du Scheiße! Kann nicht gut gehen. Ich hab so Angst. Ich hab so Angst vor dem Vieh. Wir schaffen das, ja? Ja. Schaffen wir das? Ja. Ja? Ich kann das nicht! Es geht nicht! Es geht nicht! Wieso ist denn die so... Ich muss das... Oh Gott, die hat richtig viel Kraft. Wir schaffen das, ja? Nein! Doch, wir schaffen das. Wir müssen das schaffen. Mami, wir haben es geschafft. Ich hab's geschafft. Bin ich irgendwie bleich oder so? Mami. Ich bin am ganzen Körper am Zittern. Mami, was macht das denn denn jetzt? Keine Ahnung, ist mir egal. Scheiße, ich kann das Bad ja jetzt auch nicht mehr. Also ich muss das Bad ja nochmal betreten. Oh Scheiße, ey! Oh Scheiße, ey! Am wenigsten kann ich jetzt hier schlafen. Ich mach jetzt das Fenster zu, dass hier nicht noch eine Spinne reinkommt. Und hol die da raus. Du holst die nächste Spinne? Ja. Diesen Ding hier. Das ist geil. Mega. Du hast richtig viel Mut, ey. Mami, dann musst du dich nie wieder fürsten. Das ist super. Das ist so lieb von dir. Dann kann ich das immer machen, wenn du... Dafür habe ich einen kleinen Sohn, dass er mich bitte die Spinne wegmacht. So, wollen wir mal nach der Spinne gucken? Boah, ey. Was geht ab? Nein, wir wollen jetzt nach der Spinne gucken. Oh Gott. Vielleicht ist die ja noch da drin. In dem Ding hier. Vielleicht sieht man das. So, wieder zu Hause und meine programmierte Wäsche ist fertig. Ja, die Spinne habe ich nicht mehr gesichtet. Also entweder ist sie noch nicht aus dem Stabsager ausgebrochen oder sie hat sich im Bad irgendwo versteckt. Die Tür bleibt auf jeden Fall zu und morgen muss Tim mal den Stabsager irgendwie runterbringen und ausleeren und muss dann genau darauf achten, ob das Vieh da rauskommt, damit wir wissen, ob die da jetzt noch drin war oder nicht. Also ich bin da sehr, sehr ängstlich. Ja, ich hänge jetzt mal schnell die Wäsche auf und dann... Ja, ich habe heute früh einen Nagel verloren. Mega. Und mein nächster Termin ist in zwei Wochen oder so. Keine Ahnung. In der Straßenbahn. Äh, ja. Ich habe vorhin mal nachgeguckt. Also die Spinne ist noch im Staubsager. Wir haben sie Spiderman genannt. Wie jede Spinne, die irgendwie ein bisschen länger bei uns mal ist. Ich erinnere mich noch gut. Das ist schon ein ganzes Stück her. Da hat eine Spinne hinterm Klo gewohnt in dem Abflussrohr, also in dem Rohr von dem Klo. Das ging in den Boden und da war so ein, ähm, so Plastik drüber, äh, was man so abnehmen konnte. Und dann war so ein bisschen Platz zwischen dem Rohr und den Fliesen und da ging es dann unter die Fliesen. Und da hat ein Spiderman gewohnt. Das war noch, äh, in Osnabrück in der Wohnung. Und, ähm, die ist halt immer entwischt, wenn man die einsaugen wollte. Und, ähm, die war aber öfter mal draußen. Und ich, ich kann noch nicht ein Bild einblenden. Ich glaube, ich habe noch ein Foto von der. Die saß dann irgendwann mal auf dem Klopapier. Und dann, äh, haben wir sie dann nach wochenlangen, äh, nach wochenlangen Versuchen endlich mal geschnappt. Da, das habe ich, glaube ich, heute früh schon erzählt. Da habe ich dann den Staubsauger auf den Balkon gestellt oder so. Irgendwas war da. Das war auf jeden Fall schrecklich. Kannst du mir zeigen, wo das Foto war? Ich muss das Foto dann mal raussuchen, ja. Ähm, jedenfalls. Aber das war natürlich ein anderes Level. Also, nicht Spinne im Schlafzimmer, sondern Spinne im Bad hinterm Klo. Also, ich weiß nicht, wie ich da mich in Ruhe auf die Toilette setzen konnte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nicht konnte. Mehrere Wochen lang, weil ich einfach nur richtig Angst hatte. Ja, und, äh, der Spider-Man hier. Also, ich habe den Staubsauger jetzt in die Badewanne getan. Weil ich dachte, die Spinne kommt dann nicht... Also, selbst wenn die aus dem Staubsauger rauskommt, kommt die nicht aus der Badewanne raus. Also, manche Spinnen schaffen das nicht. Weil die halt, also, dann immer runterrutschen am Rand. Die kann zwar einen Abfluss kriechen, aber da ist ja theoretisch Wasser. Und, äh, ich glaube, ich habe die da jetzt so ganz gut doppelt gesichert. Trotzdem werde ich Karl jetzt in der Küche Bett fertig machen. Da ist ja auch ein Waschbecken. Weil ich will mich nicht zu lange da aufhalten. Das ist richtig krank. Ich weiß gar nicht, wann sich das so entwickelt hat, dass ich so Angst habe vor Spinnen. Aber... Gut. Oh, du bist so süß. Ähm, ja. An der Stelle möchte ich das Video gerne beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ähm, wie immer verlinke ich das letzte unten drunter. Falls ihr es noch nicht angeguckt habt, dürft ihr da gerne vorbeischauen. Und, ähm, ja. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.